Hey Leute und willkommen zurück bei einer Folge Noobs bei der Arbeit. Es wurde sich wieder Badwars gewünscht und daher gibt es auch heute... Badwars! Und damit hallo, Minecraft-Freunde! Ja, hauen wir wieder in die Betten hier! Hahaha! Ich muss sagen, wir sind in der Folge, bis gleich! Ab geht's! Jawoll! Hier müssen wir das Bett verteidigen, ne? Ja, ja, genau. Müssen wir das Bett zubauen. Badwars haben wir ja schon gespielt, schon mal. Ja, ich baue das Bett am besten zu, oder? Ein bisschen zubauen kannst du es gerne, ja. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Das nicht so schnell kaputt machen. So, ich habe vier Blöcke mit diesen vier Blöcken. Also ich komme hier an gar nichts ran. Kann man sich jetzt nicht unbedingt weit rüber bauen. Ich baue das oben drüber, aber ich habe leider nicht hier noch Blöcke. Nein! Wie, du hast nicht genug Blöcke? Ich muss noch ein paar Blöcke holen gehen, das ist aber kein Problem für mich. Ja, du kannst ja hier noch abbauen auch. Eben, 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 eben. Hier sind nämlich noch einige. Ich baue mir auch generell ein paar ab, gerade. Nur die Endstone bitte nicht. Die werden noch gebraucht. Ja, und ich habe am besten, na, egal. Ich wollte gerade sagen, am besten ist, wenn du noch ein paar Kisten da hinsetzt. Aber die kosten Silber, das ist immer ein bisschen problematisch. Silber habe ich keins hier. Ja, ich wollte gerade sagen, Silber hast du da gar nicht, deswegen. Ja. Dann musst du ohne auskommen, ne? So. Hoffentlich sieht er mich nicht. Hoffentlich sieht er mich. Oh, der hat mich nicht gesehen, glaube ich. Das ist natürlich richtig nice. So. Dann bauen wir hier noch. Lock hin. Dass ich da noch rauskomme. Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich. Das ist, das ist klar. Der rennt da einfach lang. Oh. Okay. Dann kann ich das Bett besser zuballern. Oh mein Gott. Metos, ich bin ja echt gefangen hier oben. Wo denn? Ich bin bei den Gelben drüben. Du bist echt? Wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt runterspringe, sterbe ich. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie ich hier runterkommen soll. Ähm, warte. Soll ich dir Blöcke bringen? Nein, 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 nein. Das hat ja damit nichts zu tun. Ah, hier, hier komme ich runter, hier komme ich runter. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Und ich hau hier noch ein paar Blöcke ums Bett. Nein! Was? Der hat einen Stick gehabt, aber egal, den mache ich jetzt platt, den mache ich jetzt platt. Das ist kein Problem. Da habe ich zu wenig. So. Wir können unser Bett mal holen hier. Aber, oh, noch eins hier. So, hier bauen wir auch noch ein bisschen zu. Habt ihr ein Bett weggehauen? Ja, ich habe ihr Bett weggehauen. Ja, ja, er hat ein Bett weggehauen und ich war nicht dabei. Ja, aber ich finde es cool. Ich sicher weiter unser Bett. Ich meine, irgendwann geht nichts mehr, aber ist egal. Ja, du Metos, du machst ja gerade mehr als du müsstest. Also ohne Witz, das ist richtig gut gerade. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist übelst nice. Ich baue mich jetzt mal hier hoch. Ich habe uns hier außen noch einen Durchgang gemacht. Das heißt, hier sollte eigentlich noch ein bisschen mehr sein, dass man hier noch durchgehen kann. So. Ähm, warte, warte, warte. Gut. Ist das gut? Ich brauche Essen, 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 ich brauche Essen. Äh, wir haben doch... Fuck, 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 ähm... Ja, toll, ich habe kein Essen hier. Das ist das Problem. Ich komme jetzt hier nicht mehr vom Fleck. Ähm, und wie komme ich jetzt hier... Warte mal. Ich gehe mal zurück und beschaffe mal Essen, ne? Jo. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung zurück. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Du hast... Aber ich glaube, ich bin vorhin auch falsch gelaufen, ne? Nee, du bist aber richtig da. Ja? Alter, was hat denn... Warte, du willst doch zurückgehen, oder? Du willst zurückgehen, ne? Nimm das bitte, nimm das hier. Ich will das ganze Gold hier auch mitnehmen. Ja, genau, hier, ich habe dir gerade welches hingeworfen. Hier, nimm das alles ein und pack das mal zu Hause in die Kiste. Ja, ich habe hier jetzt 17 Gold. Hier, da noch mehr. Ah, 18 Gold. Ich gehe jetzt rüber zu Rot. Ähm, warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Wo ist denn unsere Heimat? Äh, hier. Da, da lang. Da lang? Okay. Also, ich gucke mal ganz kurz, ich gucke mal ganz kurz. Warte mal, hat sich bei uns jemand hochgebaut? Oh ja, da hinten ist jemand. Ist das blau oder rot? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, genau, hier lang. Ah, hier ist Eisen, hier ist Eisen, hier ist Eisen. Genau, ich gehe wieder zurück. Wir werden jetzt Rot gehen und werden die jetzt erstmal down machen, wahrscheinlich. Hoffentlich zumindest. Ich hoffe, er ist mir. Ja. Ähm, okay. Ich bin jetzt auf dem Weg. So. Eine rote kommt hierher. Dann. Dann. Hauen wir das mal da rein. Guter Bogen. Guter Bogen. So. Und dann brauchst du ja noch Pfeile, ne? Ich bin bei Rot. Wie viele Pfeile brauchst du? Einen einzigen. Gut. Die haben Unendlichkeit, die Dinger. Ja. So. Dann habe ich jetzt einen Bogen und einen guten Pfeil für dich. Der Pfeil, der ist ja übelst OP, ne? Muss ich dir mal sagen. Der Bogen ist es. Okay, dann lass mich auf. Äh, nein, der Pfeil. Ja, der Pfeil ist normal. Das ist ein normaler Pfeil. Okay, Essen brauchst du, ne? Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe 23 Essen. Ich komme mal zu dir, ich komme zu dir. Ich hole mir den Bogen ab. Das ist natürlich richtig nice. Ähm, ich bringe dir nochmal ein bisschen Silber mit. Ja, ich will sowieso nochmal in die Mitte. Jo, Moment, 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 Moment. Erstmal hier. Komm mal hier rüber. Genau, ich wollte gerade sagen. Erstmal hier lang gehen. Nicht, dass das Zeug noch runterfällt. So, hier. Pfeil. Und Bogen. So, und das erstmal hier wieder einpacken. Okay, das packen wir erstmal weg. Du hast mir echt 13 Bogen gemacht. Ich kriege die Krise. Ja, ja, klar. Ähm, warte mal. Ein Gold brauche ich noch. Ein Knüppel. So, was kriegt man eigentlich für Eisen? Huch, bei mir, irgendwie kann das, kommt mir gerade so vor, dass das Spiel so ein bisschen am laggen ist. Oh, Rüstung. Das ist gut. Ähm, nein, das habe ich. So, mach jetzt mal was auf 4, häss. Äh, gibt es auch eigentlich andere Rüstung? Oder nur das Oberteil? Es gibt, äh, nur Kettenbrustpanzer. Wer hat gerade Schaden bekommen? Okay. Okay. Gut. Dann nehme ich hier noch die Bose mit. Da habe ich schon mal ein bisschen Schutz, falls da irgendwer in der Mitte ist, weißt du? Ein paar Schuhe könnte ich noch gebrauchen. Jo, ich werfe dir hier erstmal Silber hin. Das brauche ich nämlich gerade nicht. Aha. So, da haben wir Schuhe. So, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht einmal. Ah, nein. Ich habe ganz viele Schuhe gekauft. Nein. Jetzt hast du ein Archivement freigeschaltet. Wie, Archivement? Du hast ein Archivement freigeschaltet. Echt? Weil ich viele Schuhe gekauft habe? Ja, ja. Wenn du zu viel von etwas kaufst, das ist ein Archivement. Okay. Gucke ich mir mal an, was ich da freigeschaltet habe. Äh. Oh. War am, Digga. Ich habe ihn getroffen. Warte mal. Die nehmen wir doch. Kalle, willst du eine Sieben-Eisen-Rüsse hier haben? Habe ich schon. Hast du schon? Wann lange. Die machen wir raus. So, und ich möchte ganz gern, äh, ein paar Schuhe anziehen. Schutz 3. Schutz 1. Aha. Gut, das machen wir da rein. Äh, geht nicht. Äh, wo gibt es denn eigentlich Truhen? Warte mal, wo hast du Truhen? Da hast du Truhen. Dann gib mal eine her. Was ist das? Oh, bei mir lag das irgendwie. Entweder lag das Spiel oder ich weiß nicht, was bei mir lag. So. So. Mach. Zack. Ey, ich glaube, dass es das Körper da so leckt. Ja, der leckt übelst, ne? Ist das bei dir auch so? Ja, 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 ja. Ist bei mir auch so. Das machen wir da rein. Dann, ja, das bringen wir mal hier in Sicherheit. Und dann flitze ich mal da rück. Was? Wir haben gewonnen. Was? Wir haben gewonnen? Ich hab gar nichts da vermittelt. Hallo, ich war gerade noch dabei, die Sachen zu sortieren. Das geht ja nicht. Ich hab doch noch gar nicht fertig. Ich will wieder rein. Ich will das fertig sortieren. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Was? Server startet gleich neu. Okay. Was ist jetzt? So, Leute. Das war es bei der Arbeit. Das war die Runde Bad Wars. Ja, das war Bad Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich nur an den Kisten irgendwie war. Aber besser als nix. Ich meine, wir haben gewonnen. Leute, wenn ihr sehen wollt, was mir das gemacht hat, schaut auf seinem Kanal vorbei. Wenn ihr wissen wollt, was ich gemacht habe, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ganz genau. Aber unser Bett war eigentlich sowas von sicher, oder? Das ist ein Grundsicher. Da hättest du in der Dome draufschmeißen können. Da hättest du echt alles draufschmeißen können. Ja, ja. Aber zumindest haben die unser Bett nicht gekriegt. Ja, gut. Hatten sie aber auch keine Chance die ganze Zeit, ne? Ja, egal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.